Hier ist die grüne Familienministerin Lisa Paus. Wir wollen außerdem den Umstand Rechnung tragen, dass Hass im Netz auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze vorkommt. Viele Feinde der Demokratie wissen ganz genau, was auf dem Social Media Plattform gerade noch so unter Meinungsfreiheit fällt. Wir wollen dem Umstand Rechnung tragen, dass Hass im Netz auch unter der Strafbarkeitsgrenze vorkommt. Wie wir gerade sehen konnten, hat der ehemalige Bild-Chefredakteur Julian Reichelt den schockierenden Plan von Lisa Paus offengelegt und gezeigt, welches Verständnis die grüne Bundesfamilienministerin in Wirklichkeit hat. Ihr unfassbarer Plan könnte enorme Folgen für uns alle haben, weshalb wir uns das Ganze jetzt auch mal genauer anschauen. Los geht's! In einer so denkwürdigen wie düsteren Woche erklärt die deutsche Regierung der Meinungsfreiheit den Krieg. Die Sätze, die wir in dieser Woche von Innenministerin Nancy Faeser, von der grünen Familienministerin Lisa Paus und von Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang gehört haben, vermögen es nicht, uns in Furcht zu versetzen, weil wir es mit lächerlichen Gestalten zu tun haben. Aber sie zeigen, dass der Staat bereit ist, das Grundgesetz, das uns Bürger vor dem Staat schützen soll, gegen uns zu wenden. Im Namen der Demokratie will die Regierung jeglichen Widerspruch unterbinden, verfolgen und bestrafen, was unser heiligstes Recht ist. Wir interpretieren das nicht so, sie sagen das ganz ausdrücklich. Und wir wissen, dass man den Worten von Ideologen stets ganz genau zuhören sollte, denn sie meinen, was sie sagen. Sie werden wahrmachen, was sie dort ankündigen. Die Bundesregierung will verbieten, was wir sagen wollen. Der Geheimdienst will kontrollieren, was wir denken. Sie sagen es so offen, damit wir uns fürchten. Was in dieser Woche geschehen ist, ist historisch. Wir dokumentieren für sie Satz für Satz, Wort für Wort, was hier gerade vor sich geht. Nancy Faeser und Lisa Paus eint die tiefe Überzeugung, dass die Meinungsfreiheit eine Gefahr für unsere Demokratie ist. Sie halten ihre Parteien für die Demokratie und jede Kritik an ihren linken Ansichten für eine Bedrohung. Die Regierung ist die Demokratie, die Opposition ist eine Zumutung. Nancy Faeser und Lisa Paus wünschen keine Wiederrede. Diese Woche machten die beiden Frauen unmissverständlich klar, dass nun durchgegriffen wird gegen unsere Grundrechte. Hier ist die grüne Familienministerin Lisa Paus. Wir wollen außerdem den Umstand Rechnung tragen, dass Hass im Netz auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze vorkommt. Viele Feinde der Demokratie wissen ganz genau, was auf den Social Media Plattformen gerade noch so unter Meinungsfreiheit fällt. Wir wollen dem Umstand Rechnung tragen, dass Hass im Netz auch unter der Strafbarkeitsgrenze vorkommt. Viele Feinde der Demokratie wissen ganz genau, was gerade noch so unter Meinungsfreiheit fällt. Aha! Was Lisa Paus hier sagt, wäre eigentlich ein Fall für den Verfassungsschutz. Aber das Problem ist, dass ihre Regierung den Verfassungsschutz kontrolliert. Wir erleben gerade genau das, wovor die Regierung ständig warnt. Die frei gewählte Regierung wendet sich gegen die Grundrechte. Dazu habe ich einen brillanten Satz gelesen. Er lautet, der liberale Verfassungsstaat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann. Wenn die Regierung sich entschließt, die Voraussetzungen zu beseitigen, dann sind wir machtlos. Hass im Netz unter der Strafbarkeitsgrenze bedeutet nichts anderes als Worte, die nicht strafbar sind, die Lisa Paus aber trotzdem irgendwie als ärgerlich empfindet, zu verbieten. Nicht einmal das Wort Hassrede existiert in unseren Strafgesetzen. Jetzt will Paus sogar gegen Hass vorgehen, der nicht strafbar ist. Ein Satz wie, ich hasse die Grünen, wird damit gefährlich. Lisa Paus sagt es wortwörtlich. Die Regierung will Menschen zu Demokratiefeinden erklären, weil sie Dinge äußern, die ganz klar, selbst nach Lisa Paus' Ansicht, unter die Meinungsfreiheit fallen. Das ist nicht einfach so dahingesagt. Lisa Paus liest vom Sprechzettel ab. Sie hat sich diese Sätze sehr genau überlegt. Sie will uns klar machen, dass wir den Mund halten sollen. Ja, zu zeitgleich sprach Innenministerin Nancy Faeser in Berlin. Nancy Faeser wünscht es nicht, dass wir noch weiterhin Witze machen über eine Regierung, die glaubt, dass Männer Frauen werden können, dass sie das Wetter kontrollieren können, aber nicht unsere Grenzen, dass wir mit Radwegen in Peru die Welt retten und dass der Wind keine Rechnung schickt. Wer das verhöhnt, soll es mit der Staatsmacht zu tun bekommen. Schauen Sie. Ebenso dringend brauchen wir, das ist mein Appell, jetzt das Demokratiefördergesetz. Wir müssen gerade jetzt den zivilgesellschaftlichen Institutionen den Rücken stärken bei ihrer wichtigen Arbeit gegen den Extremismus. Der Deutsche Bundestag sollte aus meiner Sicht also sehr zügig dieses Gesetz jetzt beschließen. Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen, sagt Nancy Faeser wörtlich. Das ist ein furchterregender Satz, weil er natürlich zu unseren Grundrechten nicht passt, weil es zu unseren Grundrechten gehört, den Staat und seine Organe, also zum Beispiel die Regierung, verhöhnen zu dürfen. Ist es nicht wirklich beängstigend, was unsere politische Elite sich da ganz offen ausdenkt? Erinnert es nicht irgendwie an düstere Zeiten? Freunde, wenn unsere Politiker immer von unserer Demokratie sprechen, dann scheinen sie es auch genauso zu meinen. Genau wie Julian Reichelt hier auch sagte, dass man jedes Wort von Ideologen genauestens unter die Lupe nehmen sollte. Wenn diese Politiker also immer wieder von unserer Demokratie sprechen, dann meinen sie auch ihre Demokratie. Nicht also die Demokratie, wer es der Bürger sieht. Nein, es ist ihr ganz eigenes Demokratieverständnis. Nur so zumindest kann man sich solche Pläne erklären, die Lisa Paus hier schockierenderweise ganz offen auch noch äußert. Lasst uns nun mal einen Blick auf eine interessante Statistik werfen, Freunde, die genau widerspiegelt, was die Bürger dank solcher Politiker wie Lisa Paus denken. Seit 1990 wird erhoben, ob die Menschen in Deutschland das Gefühl haben, ihre politische Meinung frei äußern zu können oder ob es besser ist, vorsichtig zu sein. 1990 meinten noch 78%, dass man frei reden kann und nur 16% waren der Meinung, dass man vorsichtig sein muss. Ein, denke ich, ganz vernünftiger Wert. Rund 20 Jahre später allerdings sah es schon etwas anders aus. Im Jahr 2011 waren es nämlich nur noch 66%, die dachten, sie könnten ihre Meinung frei äußern und 24% fanden, es sei besser, lieber vorsichtig zu sein. Nun aber, liebe Freunde, wird es richtig schockierend. Seit 2014 hat sich die Lage nämlich immer weiter verschlechtert und so kamen wir 2023 an den Punkt, wo nur noch 40% sagen, dass man frei reden kann, während 44% lieber vorsichtig sind. Die Ursachen für eine solche Situation sind, denke ich, ziemlich klar. Zum einen sorgt die Flüchtlingsthematik seit 2015 für heiße Diskussionen, welche viele Menschen dazu brachte, sich immer und immer wieder auf die Zunge zu beißen. Dann kam die C-Krise, die uns allen gezeigt hat, wie eingeschränkt die Meinungsfreiheit in Krisenzeiten werden kann. Dinge, die man heute sagen würde, konnten damals im besten Deutschland aller Zeiten zu Bußgeldern führen. Das muss man sich echt mal überlegen, Freunde, ja? Und dann gibt es ja noch die Diskussion zum Klimawandel und dem Ukraine-Konflikt, zu denen man nun wirklich keine abweichende Meinung haben sollte, insofern man bei der Gesellschaft und der Regierung nicht endgültig auf dem Radar erscheinen will. Die maximal desaströse Politik der Ampel hat dann den Rest dazu beigetragen. Kritiker werden mundtot gemacht, vor Gericht gezerrt und medial sogar an den Pranger gestellt. Mit Politikern wie Frau Paus, Frau Faeser oder auch Herrn Haldenwang, die alle daran arbeiten, Dinge zu verfolgen, die zwar nicht strafbar sind, aber dennoch ihrer Meinung nach unter die Lupe genommen werden sollten, ist eine Besserung dieser Situation allerdings kein bisschen in Sicht. Wenn die Menschen der Meinung sind, nicht mehr sagen zu können, was ihnen auf dem Herzen liegt, dann wird man zwangsweise auch nicht mehr glauben, dass Deutschland noch demokratisch ist. Das Schlimmste daran allerdings ist, dass die Grünen und die SPD, die diese Entwicklung mit zu verantworten haben, gerade mal auf einen Zuspruch von etwa 26% der Bevölkerung kommen. Das bedeutet, dass ein Viertel der Wähler entscheidet, unter welchen Gesetzen die anderen 75% leiden müssen, womit wir wieder mal bei unserer Demokratie und deren Verständnis wären. Freunde, was denkt ihr darüber? Traut ihr euch, noch alles auszusprechen, wie es euch gefällt, oder erwischt ihr euch doch mal hin und wieder, wo ihr euch dann doch irgendwie zügeln tut? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und teilt dieses Video mit all euren Freunden. Hallo! Vielen Dank.